Chat, ich guck gleich auf euch. Ich guck gleich auf euch. Aber den Menschen, den ich jetzt auf dem Zug kriege, der steht dort zwischen zwei Männern. Und dann ist die Gefahr zu groß. Also, Friendly Fire, das kann ich mir hier nicht erloben. Nicht in dem Kampf momentan. Oh Gott, der trifft sogar mit 50%licher Wahrscheinlichkeit ihn. Und mit 14%licher Ian. Ne, können wir. Sollten wir lassen. Oh oh. Ich glaube, der Kollege ist RIP. Selbst wenn ich mit dem jetzt mal aus dem Kampf fliehen könnte, ohne einen Gelegenheitsangriff zu kriegen, ich glaube, er wird von dem dann nicht mehr ablassen. Da ist das unsere einzige Möglichkeit hier, dass wir ihn jetzt sehen, dass wir den down kriegen. Und dann kann ich mit ihm immer noch wegrennen. Mal gucken. Er würde nur vier Damage machen. Willst du mich trollen? Du stehst hinter ihm. Fügt ihm zwei bis drei Schaden zu. Was bist denn du? Das ist ja komplett die Nulpe. Also können wir uns von der Taktik auch verabschieden. Scheiße. Warte mal, ich könnte noch das probieren, dass wir uns möglichst hier nur noch ein bisschen in den Weg stellen. Mal schauen, ob das funktioniert. Weil jetzt müsste er ja im Nahkampf mit ihm gefesselt sein. Also ist er schon immer safe, von hinten abgeschossen zu werden. Und den kriegt er mit dem nächsten Schlag down. Erstmal wieder richtig drehen hier. Also das ist alles, was wir hier haben. Also das ist alles, was wir hier haben. Also das ist alles, was wir hier haben. Die NPCs, die halten sich hier komplett raus. Also das ist alles, was wir hier haben. Was seid denn ihr? Oh. Es wäre halt schön, wenn es ein bisschen übersichtlicher wäre, wenn man wüsste, wer schon alles in der Runde gewesen ist. Wer war denn das jetzt denn noch? Konnte der... Nee. Ach du Scheiße. Fuck my life. Es wird übel, ey. Jawohl. Tschüss, Kollege. Die haben noch zwei Leute, das ist er und das ist er. Den müssen wir jetzt durchbringen. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt verpiss dich von hier. Das ist ja gar nicht mehr, dass du gar nicht mehr erst irgendwie in Bedrohung kommst. Ach. 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 Ach, zumindest laufen kann er. Sehr schön. Zwei Leute von mir können noch die Runde. Ach, er hier. Naja, dann gönnir. Ach, das war doch der, der so gut wie gar nichts austeilen konnte. Darf hat er da jetzt richtig hart Damage gemacht. Ja gut. Ja gut, wir müssen uns aber ein bisschen wegstellen. Das ist ja gar nicht mehr, dass wir hier noch Kollegen mit reinziehen und jetzt kommen. Oh, natürlich, eh ein Lebenspunkt. Blute, verblute, du Sau. Na komm, dann machen wir gleich immer richtig übertrieben hier. Was? Ich habe alle durchgebracht. Wie habe ich denn das geschafft? Scheiße, ich kann nichts reparieren. Ich habe doch Eisenerz dabei, 14 Stück. Wieso kann ich das nicht reparieren? Ich habe Eisenerz. So, was haben wir hier? Einheit erhält Ablenken. Jedes Mal, wenn ein Angriff mehrere Gegner trifft. Jedes Mal, wenn diese Einheit kämpft, erhaltet ihr... Ich denke mal, mit dem gehe ich sehr viel in Nahkampf. Also wäre das dritte wohl das logischste. Jetzt hatte ich ihn hier oben. Beschützer. Ja, komm. Nahkampf und Beschützer. Oh, das gibt Tragfähigkeit. Gönnung. Ach du Scheiße, wir sind blank. Oh, hä? Ja, ja, ihr seid unzufrieden. Weil ihr kein Geld gekriegt habt. I know, I know. Oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Was sind das hier? Das sind doch bestimmt... Scheiße, das sind Wölfe oder sowas, hä? Nein, verpisst euch, verpisst euch. Gott, sechs Wölfe. Ich hätte nicht so lange hingucken sollen. Hi, David. Ich glaube, du wirst gerade Zeuge von unserem Untergang. Wir haben so gut wie keine Rüstung mehr. Scheiße. Shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Riesengroße Scheiße. Das war's. Da hier, maler fucker! Stirb! Warum willst du da Popcorn holen gehen? Das ist halt die Frangée. Wenn ich das aktiviere, dann wird er ja die zwei zusätzlichen Angriffe nur auf das spezielle Ziel. Deswegen werde ich die Fähigkeit gar nicht einsetzen. Achso, nee, ich kann es so machen. Okay, cool. Tja. Kollegen Schnürschuh. Schuhe. Ich richte jetzt ganz schön ins Gesicht, wa? Batsch. 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 Batsch.